Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Decorator Pattern. Das ist nicht ganz so ein leichtes Pattern wie die anderen, die wir bislang hatten. Deswegen Lausche aufgespitzt und zugehört. Ich versuche das Ganze so praktisch wie möglich euch zu erklären. Allerdings ist es, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr häufig verwendet. Und es gibt auch so einen kleinen Oh-Effekt, wenn man es verstanden hat. Das heißt, ihr merkt dann eigentlich, was passiert. Okay, was bei dem Decorator Pattern sinnvoll ist, ist, dass wir hier, oder was wir machen wollen, ist im Endeffekt, dass wir eine Component in der Hand haben. Das kann sowohl ein Interface sein, als auch eine konkrete Component. Und wir wollen eine Instanz von dieser Component erweitern, um ein bisschen mehr Funktionalität. Und zum Beispiel wollen wir hier nur eine einzelne Instanz davon erweitern. Das heißt, sagen wir mal, wir haben zwei GUI-Fenster. Und wir wollen eines dieser GUI-Fenster plötzlich noch ein bisschen dekorieren. Das heißt, wir wollen nicht nur dieses GUI-Fenster anzeigen, sondern zum Beispiel auch, ähm, sagen wir mal, ein Bild in diesem GUI-Fenster. Und das heißt, dieses Bild muss natürlich irgendwie angezeigt werden. So, was machen wir? Wir können es jetzt natürlich hier irgendwie reinpriemeln und können die Component verändern, können es hier in Foo oder in Bar reinschreiben. Aber normalerweise möchte man das nicht, denn bei dem anderen GUI-Fenster, das wir auch noch offen haben, wir haben ja zwei, haben wir gesagt, brauchen wir zum Beispiel kein Bild. Und klar, man kann sich jetzt hier eine Liste von, ähm, von irgendwas halten und die dann einfach alle anzeigen. Aber wenn wir das irgendwie zur Laufzeit machen oder in manchen anderen Fällen, dann ist es nicht ganz so einfach möglich. Und dafür gibt es das Decorator-Pattern. Und, ähm, ja, das ist wirklich gar nicht so schwer eigentlich zu verwenden. Der Trick dahinter ist im Endeffekt, wir haben eine Klasse Decorator, die erbt von unserer Component. So, und das ist erstmal ein bisschen komisch. Was dadurch aber passiert ist natürlich, der Decorator hier bekommt auch beide Funktionen, das heißt sowohl Foo als auch Bar. Und jetzt gibt man, wenn man diese, also sagen wir mal, unsere Instanz heißt A. Und die Instanz, die wir nicht verändern wollen, heißt B. Das heißt, wir wollen A verändern, wir wollen B unverändert lassen. So, das bedeutet jetzt aber, wir haben A als Instanz von Component hier. Was wir jetzt machen ist, wir erstellen einen neuen Decorator und geben im Konstruktor dieses Decorators A mit. Das heißt eine Component. Und diese Component A wird hier als Member, als Attribut oder wie ihr es sonst nennen wollt, wird das ganze Ding gesetzt. Nennt sich dann auch Comp, deswegen dieser Pfeil hier. Das heißt, der Decorator hält sich eine Component Comp. Comp hier oben. Genau. Und natürlich haben wir hier in Decorator auch sowohl Foo als auch Bar. Und das sind die beiden Methoden, die wir überschreiben wollen und die wir eventuell irgendwann mal dekorieren wollen. Wir müssen nichts dekorieren, wir können was dekorieren. So, jetzt passiert folgendes. In der Foo und in der Bar-Methode wird einfach von der Komponenten die Funktion Foo aufgerufen, in Foo. Und in Bar wird von der Komponenten, das heißt in unserem Fall von A, wird Foo und Bar aufgerufen. Also jeweils eigentlich absolut nichts verändert. Wir geben also im Konstruktor, dem Decorator A mit. Und wenn wir vom Decorator, also von dieser Instanz von Decorator, Foo aufrufen, dann rufen wir eigentlich A.Foo auf. Also im Endeffekt genau gleich, als hätten wir direkt A.Foo aufgerufen. Und in Bar genau dasselbe, als hätten wir A.Bar aufgerufen. So, und jetzt wollen, also hier hat sich ja im Endeffekt nichts verändert zu der echten Komponent oder zu der unveränderten Komponent. Das heißt, hier haben wir noch nichts dekoriert. Aber, was wir jetzt machen, ist folgendes. Und zwar, wenn wir den echten Decorator schreiben, eine Unterklasse vom Decorator selbst, dann überschreiben wir nur die Funktionen oder Methoden, die wir hier wirklich dekorieren wollen. Und das heißt, hier wollen wir jetzt zum Beispiel einfach Foo dekorieren, dass er, wie gesagt, uns ein Bild anzeigt und das Fenster zeichnet. Das Fenster zeichnen wäre die Funktion Bar und die Funktion Foo wäre irgendwas anzeigen. Das heißt, Foo wäre ein Komponent einfach leer, einfach keine Funktion da. Und in echter Decorator sagen wir hier, okay, Print oder Show Image oder sowas. Das heißt, hier haben wir einfach neuen Code, der dann den Komponenten-Code komplett ersetzt. Und zwar nur in der Methode Foo, denn Bar haben wir hier in echter Decorator nicht überschrieben. Das heißt, es wird automatisch von Decorator geerbt und Decorator wiederum hat Comp.Bar. Also im Endeffekt hat sich an Bar nichts geändert. So, und jetzt haben wir aber trotzdem noch ein bisschen größeren Trick hier in der Hand. Und zwar, statt neuer Code hier einfach reinzuschreiben, können wir natürlich reinschreiben, was wir wollen. Wir können auch einfach Comp.Foo irgendwann mal aufrufen. Das heißt, wenn ihr irgendwie einfach noch zusätzliche Funktionalität haben wollt, dann ruft ihr Comp.Foo auf in diesem dekorierten Foo, aber könnt danach oder davor, je nachdem was für euch gerade passt, könnt ihr trotzdem noch weiteren Code einfach ausführen. Das heißt, ihr könnt sozusagen diese Methode Foo hier einfach erweitern. Und das ist ziemlich cool und natürlich auch sehr mächtig. Und ja, das ist es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.